Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Joysticks. Das High-End-Produkt in unserem Joystick-Test geht an den Trustmaster Siedestick. Trustmaster freut sich über die Einführung seines ersten Simulationszubehörs im Bereich der Zivilluftfahrt, was offiziell von Airbus lizenziert ist und eine intuitive und realistische Flugerfahrung ermöglicht. Dieses ergonomische Replikat des Airbus Siedesticks besitzt zwölf frei belegbare Action-Buttons mit einer Vielzahl sich bietender Möglichkeiten zuzüglich einer integrierten Schubhebelachse und eines Schubunkermechanismus. Das Design des Joystick-Kopfes ist anpassbar und modular dank der austauschbaren Kopftastenmodule. Die Anpassung der Siedestick-Konfiguration kann entsprechend den Anforderungen problemlos vor dem jeweiligen Start erfolgen. Das Steuerruder wird durch Drehen des Siedesticks kontrolliert, um das Fliegen für Multitasking-Piloten zu erleichtern. Als weitere Funktion verfügt der Griff des Steuerruders über ein Verriegelungssystem für eine noch realistischere Darstellung des Linienflugverkehrs. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das Logitech G-Extreme. Es kommt alles aus dem Handgelenk, die Forschung hat gezeigt, dass es bei fortgeschrittener Flugtechnik auf Instinkte und Reaktionszeit ankommt. Um Piloten zu unterstützen, haben unsere Labortüftler eine spezielle Rudersteuerung mit Drehgriff für Xtreme 3D Pro entwickelt. Passen Sie Ihre Trimmung an. Xtreme 3D Pro bietet direkten Zugriff auf alle Funktionen, und zwar dort, wo Sie sie haben möchtest, damit Ihre Augen auf den Horizont gerichtet bleiben können. Lassen Sie Ihren Daumen arbeiten. Schnelles und einfaches Umschalten von der Rundumsicht auf Waffenfunktionen der Achtwege-Rundblickschalter kann spezielle Befehle für Flugsimulationen präzise umsetzen. Anvisieren und abfeuern. Sie können den Auslöser des Xtreme 3D Pro so schnell wie gewünscht oder erforderlich drücken und darauf vertrauen, dass jede Fingerkrümmung erfasst wird. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Joystick-Test ist das Trustmaster T-Flight. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Joysticks an seinen 12 Aktionstasten und 4 Achsen sowie dem integrierten Schubhebel voll aus. Die beschwerte Joystick-Basis sorgt für optimale Stabilität und die breite Handauflage für höchsten Komfort beim Spielen. Der T-Flight Stick X ist PC-kompatibel und kann mit allen führenden Flugsimulationsspielen verwendet werden. Dieses Plug-and-Play-Produkt verfügt über vorkonfigurierte Funktionen, sodass Sie sofort loslegen können. Für eine schnelle, intuitive und effiziente Bedienung unter allen Umständen, in jeder Art von Spiel. Exklusive Presetaste erlaubt Ihnen den sofortigen Wechsel von einer Konfiguration zu einer anderen. Alle Funktionen können auf Knopfdruck umgestellt werden. Sie können alle von Ihnen programmierten Daten speichern, auch wenn Ihr Joystick nicht angeschlossen ist. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.